Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Oktapeftwebler 2, wo wir das Tor stürmen. Die Glocke. Wir machen Weg zur Glocke der Dämmerung. Können wir noch ein paar Sachen kaufen? Schon sehr nice. Wir speichern ab. Jetzt schon. Deet 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 deetet your majesty and urgent report A sandstorm has destroyed the front gate and our enemies swarm through the breach The Eagle of the Coup sounds his return Alexander, why don't you greet his entourage? Yes, Your Majesty Der erste Vorboss, hm? Binke! Just...a scratch. I...and him. Ageha... Prince Hikari, you've arrived just in time. Ihr Rats habt ihr direkt in unsere Trappe fallen. Lass deine Brüder ab und zurück. Brüder, wir müssen etwas machen, oder werden wir in ein Stück verletzt werden. Etwas früher. Die Stürme des Hauptsatzes ist erst der Anfang. Ja, und dann? Läutet sie? Das ist das Zeichen für alle Soldaten, die in der Burgstadt im Verborgenen lauern. Hmm. Until the bell rings your salvation, however. You will be the bait, my prince. Draw the attention of as many of our foes you can. Hmm. Understood. You're the one who's been trapped. What? The eagle has you in his sights. The bell heralds your defeat. Ich frage, was passiert. Ich hab sie ganz vergessen. We will stand by Hikari's side and see King Mugin toppled from the throne. Rai Mei. Apologies for the delay, my friend. Mm-hmm. I was afraid. I was afraid, but no longer. I won't leave your side again. On the honor of Clan Mei, I pledge my spear to the new king. Jesus. I never doubted you, Ray Mei. We are the pride of the sands. Watch us dance in the wind. My spear shall pierce the heavens. And bring their judgment down upon my enemies. Hmm. Hmm. It's Raimi. The spear of Levin. We don't stand a chance. How are they winning? How are they winning? We have the numbers. You always kept such deceitful company. Go, Hikari. Leave this area to us. Don't be so certain. There is nothing we cannot achieve so long as we remain defiant before fear. No matter the obstacle before me, I will not shrink from it. You gave me that courage, Hikari. Oh, I may. You go ahead. I staked the reputation of my clan on my duty. Go, my prince. We will meet again soon. Of course. Now go. Don't look back. Puh. Da kommt jetzt aber noch was ganz hartes. Das wisst ihr. Ist hier noch was? Die Truhe haben wir damals geholt, ja. Was haben wir denn hier? Feuerwächter MK2. Die kennen wir doch nicht. Eis bestimmt. Ja. Very well. Axt? Ne. Mh, 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 mh. Kopflose Reiter. Nice. Erstmal heilen. So, göttlicher Schnitt nochmal. Wir haben jetzt noch eine. Ich wollte eigentlich einfangen. So zu dem Thema. Geht gut. Wir haben hier damals schon alles durchsucht. Das heißt, wir können eigentlich straight zu ihm gehen. So, you've come at last, Hikari. Hm. Mitsu. Impressed? Reckon you never thought I'd be general. Must you stand in my way? What am I standing in the way of again? Salvation? Don't make me laugh. All this talk of changing the country is just empty words. Hm, 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 hm. All that matters is what you can hold in your hands. Er hat halt leider keine Ahnung. Und muss sterben. Die arme Schwester. It's as simple as that, Hikari. Ich will. Dann komm, Hikari. Ich weiß, dass du dich in diesem Land verändern möchtest, Heikari. Aber erst mal frage ich mich, was du wirklich wissen, über Kuh? Das Land, wo wir aus den Kastoffen von unseren Betten leben. Hast du schon die Mühe, die diese Pidigte Existenz mit dir leften? Ich habe es, so. Den, 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 der aggressiver Hieb war nicht gut. Was ist das denn? Erhöht zwei Runden, die physische und elementare Verteidigung eines Verbündeten. Heiliges Licht. Alles klar, er rastet komplett aus. Kopfloser Reiter. Heilen. Noch nicht. So, wir machen den Pfeisschwall, maybe. Ne, erstmal das. Waffenbistum geht nicht mehr. Noch nicht. Dann machen wir hier mal... Gelernt... Pessel. Für uns während des Gegners kriegen ganz ein Tempo. Sehr nice. Dann machen wir hier nochmal ein Heal. May your wounds beheben. To work. Wir brechen ihn aber noch nicht. Now it begins. We forced my hands to. Wir brechen ihn jetzt erstmal. Ah, scheiß drauf. Äh... Erstmal... Inferno. 10.000 Schaden ins Gesicht. Und gebufft. Feuer. Ne, lohnt sich nicht. Und nochmal kopfloser Reiter. Irgendwie hab ich mir das alles besser vorgestellt. Verlangsam. Heilen. Das wird... So nice, man. Unglaublich. Feuer. Feuer. No. Feuer. Burn. How's this? Be healed. Stand back! wir machen wieder blieben auf hikari auch wer stirbt nun mal glaubt das wird nicht so easy der reich bauch dich hat nicht gereicht brechen jetzt erst mal und dann nehmen wir uns wieder warum wir kein geld mehr eigentlich gar nicht und warum hat er keine p mehr ja eine sagt so im maß besser irgendwie machen wir ihm viel zu wenig schaden warum hat er so viel übertrieben leben was 10 10 10 10 10 10 10 10 Scheiße, du Heikati! Scheiße! Ich habe so viel Zeit... Ich habe so viel Gewalt... ... um dort zu sein. Wie ist es, dass du noch besser als ich? Ich bin Ritsu. Wir sind gleich. Wir machen das zusammen. Enden diese Krieg. Wir bauen ein neues Land. Du bist immer noch das. Du bist immer noch besser. Du mich schützt. Ich schütze auf deinem Schütz, Ichati! Die Machtlosigkeit wird immer wieder auf die Kräfte. Du musst sie wegschrauben, mit deinen eigenen Händen. Du denkst, dass deine Freunde dich an dich? Das ist alles, die Macht. Die Macht ist alles, was wichtig. Ich muss dich töten. Ich muss den Ende dieser Weg. Du bist falsch. Wir sind uns als Freunde und alles hinter dir. Wir sind zusammen. Wir werden Mugen zerbrechen und enden diese Krieg. Das wird der letzte Degg, den Kusi redet. Läuere deinen Schwert, Ritsu. Es wird nicht mehr Blut zerbrechen zwischen uns. Aber wenn du kämpfst, ich werde nicht behaupten, ich werde dich überraschieren. Fühl meine Ratsch. Fühl meine Rad. Oh Gott! Das ging echt super. Ach man, ich will nicht sterben. Hier geht es. Entschuldigung Temenos. wir schaffen wir nicht unmöglich irgendwie war das klar wir sind einfach schlecht wir sind einfach schlecht normal ja blablabla 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 okay wir wissen feuer wir wissen bogen sperr du wolltest heilen heilen ja wann hätte den ist doch klar wollen wir ihn schon brechen eigentlich schon himmlischer hieb 12.000 schaden so will ich das sehen jetzt feuer hier tausend damit entfernt du typ 10.000 schaden plus buff aggressiver hieb ne wir schwächen ihn weiter oh war falsche attacke egal haben wir hier noch was zum schwächen eigentlich ne gell so kopflose reiter waffen und jetzt zielen aber nur weil wir es können okay alles gut wir heilen uns dieses mal wird es gut gehen ich habe ein gutes gefühl feuer feuer fesseln so was haben wir für fähigkeiten wir könnten auch einfach erstmal ins schwarze oder wir machen machen ihn waffen geschwindigkeit wichtig wir machen nochmal ihn das wäre so ja 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 wissen wir ja blablabla blablabla das heißt wir haben in half life glaube ich sieht sehr gut aus deutlich besser so how's this where was i we're not i will keep you from nice feuer feuer wir können ihn jetzt sprechen übrigens das machen wir jetzt auch ins schwarze und jetzt geht's auf terra für einen extrem starken stark auf ein gegner auf brandspalter 14.000 schaden ein lasse einen verwirrten für drei runden am jeder runde noch mal in aktion dritten es kann zusätzliche aktion ausgeführt werden es wird nicht reichen um ihn zu töten oder nein 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 nicht ganz wir müssen auch überleben wie viel leben hat er noch oh gott das will ich kann mich nicht schielen ich muss sie jetzt töten es reicht niemals das wird niemals reichen denn ich habe ich irgendwas um alle zu leben zu das ist 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 ich glaube wir überleben das nicht das ist das ist das ist das ist das ist das ist Wird schon gehen. Wir haben den zwar nur einmal, aber man muss einfach solche Risiken irgendwann eigentlich. Das geht nicht, aber das schaffen wir sonst nicht. Fessel. Halt, äh, Lebensdinger M. Ja. Kann er jetzt bitte sterben? Danke. Oh mein Gott. Puh. War schon übel, war schon übel. Aber es ging dann. Hm. Mika. Forgive me. Hikari. Hikari. Mika. 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 Omega. Ich bin froh. Ritsu. Ich bin von deinen Seite seit Jahren. Ich würde von deinen Seite noch mehr gehen. Ich werde Kuh ein Ort, wo du stolz sein würdest. Ich versuche. Oh, man. Bitte lass uns nicht noch... Wir haben schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Endboss schaffe. Das war jetzt schon viel zu hart. Das war viel zu hart. Wir machen hier jetzt einen Cut. Du hast gut gemacht. 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 Wenn wir das jetzt nicht schaffen... Mein Vater und Mutter... Nein... Heute... Ich kämpfe für meine Freunde... Sentimental Fuhl... Mein Geist erwartet!